Herr Albig, am 15. März haben Sie mit 52 Prozent der Stimmen gleich im ersten Wahlgang die Amtsinhaberin der CDU aus dem Kieler Rathaus verdrängt. Hat Sie das Ergebnis selbst überrascht? Naja, wenn man ehrlich ist, bevor der heiße Wahlkampf losging, war das nicht zu erwarten, dass man als Herausforderer, der seit dreieinhalb Jahren nicht mehr in Kiel ist, eine, wie alle gesagt haben, sehr populäre CDU-Oberbürgermeisterin mit 52,1 Prozent schlägt. Nach dem vier Wochen Straßenwahlkampf und den Rückmeldungen war ich mir relativ sicher, ehrlich gesagt, dass wir das schaffen können. Die Stimmung war in Kiel großartig und hat schon irgendwie so, ich habe sowas noch nie gemacht, von daher hatte ich nicht wirklich Empirie, aber ein Gefühl, ja, also wenn man das nicht gewinnt, wann gewinnt man denn dann mal eine Wahl, wenn die Leute schon so positiv sind. Von daher habe ich auch ein Angebot gehabt mit mir, mit den Themen, ich glaube das Thema Bildung war ein wichtiges Thema, was bis weit in die bürgerlichen Kreise hinein wirkte. Auch bürgerliche Wähler wollen für ihre Kinder, für ihre Enkelkinder, vor allem auch die Älteren, ordentliche Schulen haben und sie sehen, die sind nicht ordentlich. Beides zusammen, eine sozialdemokratische Grundstimmung und ein ganz gutes Thema mit der Bedeutung von Bildung, das waren glaube ich die ausschlaggebenden Punkte. Sie haben das angesprochen, sehr viele haben Sie gewählt, aber sehr viele haben auch nicht gewählt. Die Wahlbeteiligung lag nur bei etwa 36 Prozent. Wie erklären Sie sich das? Das ist schwer zu erklären, da muss man wirklich nochmal genau in die Analyse reingehen. Das ist erschreckend, 36,5 Prozent, das ist meines Wissens die niedrigste Wahlbeteiligung bei einer vergleichbaren Wahl in Deutschland. Da müssen wir zwischen den Wahlgängen lernen, da macht man etwas falsch in den sechs Jahren, nicht die letzten vier Wochen. Ich glaube, die Leute fühlen sich in den sechs Jahren nicht richtig mitgenommen, nicht richtig ernst genommen. Sie wissen nicht, was die Relevanz kommunaler Politik für sie ist und das kann man auch in vier Wochen heißen Wahlkampf nicht mehr aufholen. Das wird ein Punkt sein, wo ich als Oberbürgermeister ansetzen muss. Ich möchte nicht, dass bei der nächsten Wahl irgendwann 30 Prozent zur Wahl gehen, sondern dass wir uns wieder 50 nähern. Haben Sie da schon Ideen, wie Sie dann ja als Oberbürgermeister die Menschen wieder an die Ohren holen können? Also einige leiten sich auch aus meinem Wahlkampf ab, wie ich ihn auch geführt habe. Der war im Internet sehr auf Beteiligung angelegt, auch da, wo ich vor Ort war, ganz viele Bürgergespräche geführt. Ich glaube, auch ein Oberbürgermeister muss mit seiner Stadt Angebote machen, mitzureden, zu Kieler Themen zu diskutieren. Sie hatten eben den Online-Wahlkampf auch schon erwähnt. Ich glaube, da haben Sie wie kaum ein anderer Politiker für Furore gesorgt danach. Wie sind da Ihre Erfahrungen? Was ich gelernt habe, es ist ein exzellentes Instrument, um die Motivation nach innen, also in das eigene Team zu stärken. Hat sich auch interessanterweise dann sehr abgegrenzt von der Gegenkandidatin, die das gar nicht gemacht hat, die sehr statischen Wahlkampf gemacht hat. Ich glaube, so im festen Glauben, es reicht einfach OB zu sein, um wieder OB zu werden. Das reichte dann doch nicht. Naja, jetzt sind Sie ja erstmal OB für zumindest sechs Jahre und haben auch eine rot-grüne Mehrheit im Rat hinter sich. Ist das jetzt eigentlich ein einfaches Regieren, oder? Rot-Grün-Dänisch, noch eine Stimme SSW. Wichtig war übrigens hier auch die Unterstützung aller drei Kooperationspartner. Es zeigt, wie so oft im Leben Geschlossenheit macht stark. Ich bin nicht bange davor, mit der Ratsversammlung zusammenzuarbeiten. Das wird eine gute Zeit für Kiel.